und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Susomnium Files und ja ich habe wieder den verdammten Namen vergessen Oni Mizuki ist happy auf jeden fall, she looks like she just washed her face, she's ready Map, oh fuck, wollt ihr mich verarschen, oh shit, warte mal, kann ich zu dem anderen Spacko zum Schreien, warum kann ich zum Schreien, okay, wir gehen erstmal zum Warhouse Map, jetzt kommt die Es ist kajt Warum ist das kalt? Du bist nur für dich. Du bist nur für dich. Huuuuuuhh... Shabu Shabu... Ah, das ist so! Du bist jetzt für dich und für dich zu kalt und für dich zu kalt! Du bist nicht so kalt, du bist so kalt! Entschuldigung, ich muss mal kurz hier... und... Wärme an! Bei mir ist es auch kalt, ein bisschen. Davor geht es sich in der Arsch, wer habt ihr hier vorgegangen? So... Hä, warum? Hier ist Okiura-Suis-San-Retong-Saukau. Jetzt ist es nicht mit Okiura-Suis-San-Retong-Saukau ... aber ich dachte, ob du vielleicht kommen musst, dass du noch mal hier hast. Waiyo ist, der nicht. Ist das wirklich? Schau! Kann man so ein Bruder nicht aufhören? Kann man sich nicht aufhören? Anything in your mind? Da müsste ja eigentlich auch Blut am Boden sein, ne? Da drüben? Kabel Boxen, ne? Hier ist es so, dass du in diesem Däumflug die Flügel verbunden hast, und wie ist es so? Es wird sicherlich sterben, ja! Tja, du bist zuerst zu Ende. Überall wird das also nicht in dieser Biggie, ne? Dann würde ich einfach mal wieder drüben bleiben. Hahahaha, ich mag die kleine. Aber der muss ja hier irgendwas voll geblutet haben, oder? Was ist denn? Das müsste dann da in deiner Nähe sein. Oder hat sich das Blut mit so einem vermischt? Nein, da war noch ein anderer, der das Eis voll geblutet hat. Das heißt, bei der Blutspur muss irgendwas sein, ne? Der Blutspur ist nicht nur ein Mensch, sondern nur ein Mensch. Das ist ein Mensch, der Blutspur ist. Das ist ein Mensch, der Blutspur ist. Und das ist noch ein Mensch. Hey, was der Blutspur ist der Blutspur? Natürlich, der Blutspur ist bereits verabschiedet. Jetzt sind wir in der Arzt, und die Blutspur ist der Blutspur. Was ist der Blutspur? Das ist der Blutspur ist, dass der Blut Auch wenn ich einen Falle in einem Falle fahre. Aber es dauert ein wenig Zeitpunkt. Wenn ich mich hier noch nicht erwartet habe. Dann gehen wir in ein anderes Ort. Ja, ich habe es geschafft. nochmal neu. Yeah, wo sind die Mates? Ich bin ja immer noch am Hadern mit mir. Wir fliegen ja nächstes Jahr nach Japan. Und ich werde es auch nicht leid, das immer wieder mal zu erzählen. Ja! Hype, hype, hype. Hyper, hyper. In so ein Mate-Café zu gehen. Irgendwie habe ich Schiss davor, wie peinlich das werden kann. Und gleichzeitig möchte ich es auch irgendwie doch gerne erleben. Man müsste schon mal in eins reingehen. A visit sun force sunfish pocket mit Mitsuki, wo Renju war getötet. Once again, ich habe any clues we might have missed. Ja, ich denke, es gibt nichts mehr zu tun. Trident Ist das der einzige Stuhl mit einem Dreizack drauf? Ne, da hinten ist noch einer. Ne, da ist auch noch einer. Warum sind es bloß ein paar? Da ist noch ein Dreizack. Okay. Box. Empty wooden box. Du hast dir net mal neigeschaut. Kitchen. Aber jetzt stört mich eins. Wir müssen dir mittlerweile mitbekommen, dass das da irgendwas ist. Ildrum. Oh mein, Mizuki. Was thanks to. Ich bin sorry für wenn ich dir hier drauf bin. Ich bin mit meinem Hoppe. Ich bin mir mitbekommen. Ich bin mir sicher. Ich bin nur, wie ich dich Video bringt, aber ich bin mir sicher. Und schon. Ich bin mir gar nicht gescheit machen. Gleich mal noch zum zweiten Mordplatz. Es muss aber auf jeden Fall was mit der Familie zu tun haben. Es kann ja nicht sein, dass der vorher Frauen ermordet. Oder halt in dem, in diesem Nachmacher. Oder, warte mal, der echte. Ich bin nur ein paar Jahre alt, aber es gibt auch ein paar Jahre. Ich bin auch immer noch ein paar Jahre alt. Es war das, was ich ganz klein war. Und es sind alle zwei, die sie sich lamentieren, dass ich mich sehr erinnere. jetzt los das ist jetzt gerade irgendwie lustig kann man es anmachen das stimmt doch gar nicht das ist bestimmt schon drei wochen her wo ich das nicht gesehen hab wer war strange when you were on the walls papa wa kaiten dai no soto gara de watashi to mama no shashin wo tte ta sakno mkoude frui filmshiki no camera o kamae te papa no maio toori sugiere tabi ni watashi to mama a shokkenmei teo huttte heheheheh nanka ma tomo na kazoku mitai da ne sazokasiii shashin datton daro na sara ga zenzen ei no service station de genzo stande mi tell jembo boke boke de marni boke boke d otra karen watschimma mo mo call docor que mo cari sanin de ana ni gera gara wala dadan arre ga sayしょde saygo datta kano Das tut mir so leid für Sie, Mann. Hast du hier mit Freunden gekommen? Ich habe mich nicht mehr geschafft, aber ich habe mich zum einen Schiff, einen Schiff, auf dem Schiff und den Schiff. Du hast mich nicht mehr gemacht, so ich habe mich nicht mehr überprüftet. Ich habe mich nicht mehr überprüftet, aber ich habe mich nicht mehr überprüftet. Von den Schiff und den PANen auf den Scheißen. Ich habe mich nicht mit einer anderen Fahrt aufgewacht, aber ich war sehr viel Spaß, wenn ich mich überraschend bin. Ich dachte nicht, dass ich mich nicht mehr überraschend bin. Ich sage nichts. Ich habe nichts gesagt, als Musiker aus dem Hals zu fallen. Ja, als wenn man dann eigentlich gehen könnte, würde es auch nicht sein. Sollte sie mich etwas strange fragen. Hey, Date. Date ist ein Verwaltung der Familie. Verwaltung? Das ist ein Verwaltung, oder so? Das heißt, ich und Date werden immer wieder ein Verwaltung. Ja, das ist alles gut. Das ist doch so. Ich denke, ich denke, das ist wie ich glaube. Ein Kind ist das, dass es ein Verwaltung ist. Das ist ein Verwaltung. Ein Verwaltung ist das, was es zu sein. Sollte es, wenn du dich, sagst du, sagst du, sagst du. Das ist ein Verwaltung. Das ist das 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 Verwaltung. Was sagst du? Was sagst du? Nein, das ist das Verwaltung. Ummi und sage immer noch nicht zu sehen Das sein, was immer nochівieg ist, aber nochmal kein Problem ist. Das ist da meine ribule nicht. Merknt soisse. Das sei denn, mixture des Augen mitpein wrestle hat sich. Das ist das Verwaltung. pellizan, also ihre Arbeit. Das sei denn. Ach komm schon, nein. Was ist das los, sind wir automatisch jetzt weg? Was ist das? 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 Können wir hier einfach in den reinhauen? Uh, listen to the rest of the story. Was ist das? 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 Es ist alles... Mizuki! Sie sprechen mit Okiura? Ich bin... 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 Date-chan... Jetzt... Ich werde dich erzählen... Ok... Bitte alle die Hand heben, wer dafür war, dass... Es gut war, dass die fröckfreckt ist... Hier, hier... Wir sind alle dafür... Sehr gut, einstimmig, abgeschlossen... Gut, dass das Auge fehlt... Es ist gar nicht... sich nicht da... Es geht nicht... Nein... Es ist ebenso... Es ist ebenso... Entschuldigung, dass... Er hat nicht... Widerste CGI. Ich kommende Zrein... Es ist nicht so... Es ist alles... Widerer is... Widerste... Entschuldigung, die sind liefs... Er hat... Aber... das ist das gleiche. Ich habe den Typen eigentlich nur für den Arsch gehalten, aber der schaut halt, jetzt wo er einem gegenüber hockt, relativ normal und in Ordnung aus. Also, relativ. Ich mein, ein paar Sachen haben wir ja schon mitbekommen mit Gangstern und den ganzen Scheiß, aber trotzdem, auch die Stimme ist eher normal. Ich bin nicht so, wie ich es, aber das ist das Problem. Ich bin nicht von einem anderen Ort. Wenn ich es nicht, kann ich es nicht tun. Ich will es jetzt, wenn ich es nicht so gut. Irgendwann, ich werde es auch weitergehen. Aber ich bin nicht der Krankheit. Soll ich sein, ist das nicht der Krankheit. Der Krankheit ist der Krankheit, aber auch der Krankheit. Ich bin nicht der Krankheit. Ich bin eher der Krankheit. Vielleicht ist es besser, wenn die Musik und Schoko sind. Nein, ich weiß nicht, dass Mizuki nicht aus dem Weg von Shouko zu entfernen. Das ist nicht Mizuki's望. Ich denke, Mizuki ist immer bei Shouko neben mir. Kann man schrauben oder schrauben? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass man sich mit einem Bari-Zong-Gon verabschiedet hat. Ich weiß nicht, dass ich es nicht. Ich weiß nicht, dass Mizuki eine Liebe ist, aber ich möchte Schockko erheben, und ich möchte dich lieben, und ich möchte dich lieben, und ich möchte dich lieben, Schockko. Ich habe ein Unternehmen, Remniskate, oder? Die Unternehmen sind jetzt eine große Herausforderung. Okay, es ist auf den Arsch. Die einen schlägt sie und sagt, das ist ihre Schuld, weil es sich wie ein Kind beinimmt. Und der anderen... Hey, ich habe eine Firma. Scheiß aufs Kind. Kurz übersetzt. Wow, du hättest sie wenigstens umarmen können. Der macht mich fertig. Hauptmache, wir sind noch traumatischer. Wir gehen zur Lemniskate, zu ihrem Vater, seiner Firma. Der Satz ist total falsch, aber ich habe ihn jetzt absichtlich ausgesprochen, nachdem ich ihn im Kopf hatte. Alter, was für Eltern. Ich hoffe, die gehen drauf. Oh, hoppsel, das ist schon passiert. Aber an der Stelle bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von AI, The Somnium Files. Macht's gut und servus.